Gleichmut zu besitzen, gleichen Mut also, das heißt ein unverändert bleibendes Gemüt in allen Lebenslagen zu bewahren. Wer sich durch schlimme Ereignisse nicht erschüttern lässt und in Notzeiten nicht in Depression verfällt, verfügt über diese innere Kraft, von UPK. Er lässt sich nicht aus der Bahn bringen oder in Verwirrung stürzen, sondern bewahrt einen kühlen Kopf und innere Festigkeit. Dabei ist Gleichmut etwas ganz anderes als Gleichgültigkeit, die aus egoistischen Gründen desinteressiert ist und sich nicht um das Notwendige kümmert. Gleichmut lässt Güte, Mitempfinden und Mitfreude nicht hinter sich, um sich weltabgewandt ganz den eigenen Belangen zu widmen. Im Gegenteil gibt er diesen erst ihre notwendige Grundlage. Gleichgültigkeit will nichts vom Wohl und Wehe des anderen wissen, Gleichmut sehr wohl, nimmt es aber andererseits gerade nicht so tragisch, wenn die eigenen Anliegen durchkreuzt werden oder Schicksalsschläge zu verkraften sind. Hass, Anhaftung und Eifersucht versetzen unseren Geist in Unruhe und hindern ihn, anderen Wesen mit Gleichmut zu begegnen. Gleichmut bedeutet nicht, dass man anderen gegenüber gleichgültig bleibt oder sich vom Leiden der Wesen nicht rühren lässt. Mit Gleichmut ist vielmehr gemeint, dass man sich allen Wesen gegenüber gleich verhält, ohne die einen zu bevorzugen und die anderen abzulehnen. Dass man ihnen mit Mitgefühl und Liebe gegenüber tritt und alles in seiner Macht Stehende tut, um allen Wesen ohne Unterschied zur Erleuchtung zu verhelfen. Ruhe kommt von innen. Ein innerlich ruhiger und ausgeglichener Geist lässt sich durch die auf ihn eindringenden Probleme nicht aus der Fassung bringen. Uneinigkeit und Kontroversen beunruhigen ihn nicht. Er lässt sich nicht von innen zu großen Konflikten provozieren. Solange aber unser Geist nicht von dieser inneren Ruhe durchdrungen ist, kann sich auch die leichteste Meinungsverschiedenheit zu einem tiefgreifenden Krach ausweiten. Bevor wir also von Weltfrieden reden, müssen wir uns zunächst über die innere Welt der Individuen Gedanken machen. Hier gilt es, einen inneren Frieden zu schaffen. Und wenn dies der Fall ist, dann kann dieser innere Frieden auch nach außen strahlen. In die eigene Familie, in die eigene Gemeinschaft, in die Politik. Dies ist der eigentliche Weg zu einer dauerhaft friedlichen Weltordnung. In Gelassenheit ruhen Das natürliche Mitgefühl und die natürliche Liebe des Herzens, durch die wir in Zeiten von Schwierigkeiten für uns selbst und andere sorgen, braucht einen Ausgleich durch die Weisheit der Gelassenheit. Wenn wir uns zu tief in das Mitgefühl und die Liebe sinken lassen, aber keinen Ausgleich durch Weisheit und Gelassenheit haben, klammern wir uns möglicherweise an eine Vorstellung davon, wie die Dinge sein sollen und werden von den Kämpfen der anderen überwältigt. Durch Gelassenheit und Frieden lernen wir, dass wir zwar die Welt lieben können und den Kummer und die Kämpfe der Welt in unser eigenes Leben aufnehmen und mit dem großen Herzen des Mitgefühls annehmen können, wir aber auch den großen Frieden hinter allem finden müssen. Mutter Theresa wurde einmal von Malcolm Muggeridge bei der BBC für das britische Fernsehen interviewt. Nachdem er ihr fast eine Stunde lang dabei zugesehen hatte, wie sie mit Weisen und Sterbenden arbeitete, sagte der Interviewer, Wissen Sie, Mutter, Ihre Arbeit ist so wunderbar, aber in gewisser Weise muss es für Sie als Nonne ein bisschen einfacher sein. Sie haben ein einfaches Leben, Sie kennen die Verwicklungen nicht, die mit einem Zuhause, Versicherungen und den Schwierigkeiten einer Ehe oder Partnerschaft einhergehen. An dieser Stelle unterbrach sie ihn und sagte, Nein, 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 ich bin auch verheiratet. Und dabei hielt sie den goldenen Ring der Nonnen ihres Ordens, das Symbol ihrer Vermählung mit Christus, in die Kamera. Dann schwieg sie einen Moment, ehe sie den Interviewer geradewegs ansah und sagte, Und er kann manchmal ziemlich schwierig sein. Wenn dies für Mutter Theresa wahr ist, dann ist es für uns alle wahr. Es gibt eine gewaltige Stille, die alles in dieser Welt umhüllt und dennoch existieren Gewinn und Verlust, Ruhm und Verruf, Lob und Tadel. All diese Dinge kommen und gehen und werden durch diese riesige Stille geläutert. Und jeder und jede Einzelne von uns muss den eigenen Weg finden, um inmitten von all dem ein friedliches und beständiges Herz zu bewahren. Und jeder und jede Menge Quiz nichtföldern.